Lohr will gibt es einen ganzen Steak oder wie oder wie nehmen wir so 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 zu uns bringt das ist ja dieser zerstörte der so halb kaputt oder hier oder hier der 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 so komisch aussieht dieser und so bringt 3 ich habe nur ein von ich bin ein kein Stimmst mit einigen um 1.5 die sich zum einen Arm auslaufen so sieht sich aus, ne? Ach, du hast ein bisschen smooth zuhause. Wir können auch, 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 warte. Gab sie nicht mal mehr. Frag den smooth. Wir könnten auch hier die Idee nehmen, wie nennt sich's. Komm schon, äh, diesen, äh, wie nennt er sich, diesen Quarz nehmen. So, ich finde jetzt erstmal meinen totalen Homepunkt. Meinst du, dass 20... Das ist ein fucking Witz! Da kriegst du nur... Ich bin auf meinem Home-Stein, ja, ja. Hier ist mein Home. Was? Äh, ähm, ich mach grad, äh, Quarzblöcke. Das ist dieses weiße Zeug, weißt du? Sieht aus wie Marmor. Hm. Könnten wir eigentlich auch mal. Aha. Mein Kompass schwingt um diesen Erdblock herum. Wie macht der das nur? Also, ich find das ja voll lolig. Such mal deinen Spawn-Block. Setz da mal einen... Oh, ich hab grad nen Bug. Da war ein A. Und lauf mal drum herum, das sieht jetzt episch aus. Swag. Äh, heck. So, kannst du meine Nadelbewegung eigentlich sehen? Siehst du das bei mir? Also, warum hast du ein Fleimond? Siehst du, wie die Nadel sich bewegt? Hm, ja. Ein bisschen. Jetzt guck ich erstmal an. Ja, gut, den. Also, den muss ich noch austauschen. Also, da, da gefällt mir Text und nicht ganz so. Wir hätten natürlich auch schwarze Wolle nehmen können. Das würde bestimmt übelst episch aussehen. Wenn hier so... Nää, ist nicht so smooth. Was? Ist nicht so smooth und... Marmor Style hier. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Wupp, Marmor Style. Ja, sonst kriegen wir Probleme mit der Gamer. Ey, sexy Marmor. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Ich nehm dich durch. Ich nehm dich durch. Wupp, wupp, wupp. Und warum... Ey, was hast du denn hier für'n scheiß Zaun hingebaut? Wo? Wo? Bei mir? Der kommt noch weg. Ja. Gibt's den auch einen schönen? Ja, das liegt an deinen Texturenpark, Junge. Ich muss den nochmal abändern. Ja, übrigens, ich... Ich baue mal über den Zaun hinten. Einen Aufgang zu dem... Ich... Dach hoch, ne? Ich auch, ja. Da brauchst du nur ganz klein wenig kletters, geh und dann schaffst du das sogar. Mann, ich muss jetzt da oben die Scheiße abbauen. Mann, ich muss jetzt da oben die Scheiße abbauen. Ja, okay, die Scheiße. Welche Scheiße denn? Ja. Welche Scheiße? Ja, oi. Ja, so, und das Stück, mit dem ich hochgeklettert bin, da oder und ich... Ja, da, 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 da. Oh, Bob! You face! Äh, you face! Sag mal, der Typ hier neben uns, der hat doch ein Grundstück gekauft. Ich hab den bis heute noch nicht gesehen. Loll, was ist denn das hier? Das hier ist ja mal absolute Scheiße, was der hier gebaut hat. Oh, hier sind Knöpfe. Oh nein! Sie werden mich töten. Was haben die Illuminaten damit zu tun? Und gleich geht ne Falte wenn er mir auf. Oh, du kannst dich mal unten in meinen Mülleimer stellen. Aber bitte nur mit Feuer, Resi und Jahn und Winter. Du hast dein Bett abgebaut? Schlecht. Ja. Weil das dein Spawnpunkt ist, wenn du tot bist. Äh, der Spawnpunkt, also dieser Block bleibt gesetzt, Schlaukopf. Ja, du weißt, ob das auf dem Server genauso ist? Ja, es ist... Ich hoffe, da haben sie es abgeändert. Ich will schon noch eins aufnehmen. Das ist wegen dem offenen Fenster hier. Ja, ich mach's zu, aber... Wir haben hier hinter so eine riesige Scheiß-Wasserwand. Also der Typ, der hier nebenan wohnt, der geht mir voll auf den Pisser. Der hat noch nix fertig. Muss ich gar nicht ehrlich sagen. Wollen wir über das Stürmchen reden, was die Woche war? Ja, hier sind wir. Meinst du den schönen Trampolin? Ja, der war nicht unser Trampolin. War wohl ein Nachbarn, der da oben wohnt. Oder meinst du den Flug des Baumes meines Großvaters? Also zumindest so ein paar Teile. Das sind so ein paar Teile geflogen, ne? Zum Beispiel auf die Wäschespinne vom Nachbarn. So... Wo ist denn? Sag mal, was ist denn das eigentlich da hinten? Ach, das ist ein Schornstein! Hat mich die ganze Zeit schon gewundert, was das dahinter hinter dem Haus ist. Hinter der Mauer. Ich bin so ein Schornstein. Boah, das ist hässlich! Boah, das ist hässlich! Boah, das ist hässlich! Jetzt lege ich erstmal den ganzen Shit, den ich nicht brauche. Also den ganzen Scheißdach in die Scheißruhe. Äh, und dann will ich nicht für, dass wir ein Dach setzen. Oops, fail. Und ich setze mal eine Treppe für, wenn du nichts gegen hast. Hey, 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 warte mal! In your face! Was, so hast du gesagt, hier? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, bin gleich wieder da. Wir sehen uns gleich wieder. Äh, welches willst du denn Schärfe 2, Plünderung oder lieber Schärfe 4 und Rücksicht? D-Groß! So, ich habe... Das mit dem du mich nicht trifft, nein, nicht PVP, aber manchen einen Fnallreiste. Da tippt, glaube ich, dich garantiert. Was, was machen wir jetzt nur ins Dach wiederholz? ich bin für Eichenholz auch ich wo man die Slabs die Slabs nachdem der Stufen Stoßbrenner oder sind auch noch mal welche Trockenholz nicht Schopenhagen Habe ich nicht noch halbe gehabt Reus und wir werden ein Spaß haben die Sektung von Eingangsbereich versetzen da hätte ich gerne die Idee mit nur den halben da kannst du dich mit Schwerden wie du willst nämlich richtig hart durch der Welt ein Tafak in der und ich mach's kaputt ich mach's Kronken aus Zweig ich mach dich Kronken aus Oh, scheiße, ich bin über den Zaun gesprungen. Da ist einfach über das Grundstück, was nicht vorhanden ist. Hätten wir auch noch das da drüben kaufen können. Wie war das nach zwei Wochen? Inaktivität wird's... Da haben wir eine Riesenbude. Keine Stufen mehr. Den Style kann sie nicht bringen. Ich schlitter hier einfach auf dem Zaun entlang und setzt dabei Stufen. Irgendwie. Ist das wie zu zweitlich für dich? Nee, das ist da muss ein Block weg. Da ist ja. Wie weit bist du schon mitten da? Oh. Also dieser Außenrand ist gesetzt. Ich bin hier so schön langgesleidet. Alter, was machst du denn für ein Bullshit? Das soll ein Dach. Warum reist du hier? Damit hier kein Schnee liegt, weil das ist dann schon wieder scheiße, wenn hier Schnee ist. Ich hol mal ein paar Blümchen. Zwei Blümchen in gelb und zwei Blümchen in rot. Ah, scheiße, ich muss mal was fressen gehen. Nee, ich geh was fressen. Nicht schön, aber selten. Ähm, ich erst mal ein paar Ofenkartoffeln, die wahrscheinlich schon seit langem kalt sind. Fuggeln, ich fette jetzt hier Fuggeln. Was ist mit Fuck, ey? Dann hat er hier so gesetzt, damit es ein bisschen heller wirkt. So schön, ja mal. Fuck, ey. Also wer es noch nicht verstanden hat, Fuck Ellen. Fuck Ellen, Junge. So, jetzt hat es jeder verstanden. Ich will keine, ich will keine Ellen ficken. Ellen kann auch ein Männenname sein. Nee, scheiße. Trotzdem will ich keinen Ellen scheiß. Ich habe für den Roten 26 bekommen. Oh, ich sitze nicht. Oh, ich habe heute schon 350 bekommen. Ha, ha. Was, 3,50? Money. Auf einen Schlag. Das System nennt sich. Booten. Was ist so? Das ist so. Na, ich bin auf die Seidum-Boote dann. Ja, trotzdem. Ich habe für den nicht vorhandenen Boot einfach mal 70 Verhältnis. Ach so, die Fackeln setzt. Ja, und dann tue ich nochmal wo. Haben wir eigentlich noch verfuckte. Ah, da sind noch Stufen. Haben wir noch verfuckte? Fuck, ey. Fakkeln habe ich genug. Ich habe noch, glaube ich, 5, 6 Kohle. Also wenn du Kohle brauchst, habe ich. Kohle, Kohle, Kohle? Kohle, Kohle? Nee, keine Fremdwerbung. Kannst du Krunk promoten, Junge? Promote nicht andere. Alter, ich... Ich promote doch keine. Nur uns selbst. Naja, ihr müsst mal auf diesen voll geilen Kanal. Pure Game. Nein! Ich bin runtergefallen. Die Jungs sind... Die Jungs sind echt cool drauf. Also, die sind richtig zwäggig und so. Ja, die sind voll sexsüchtig. Die nehmen jeden Tag fünf Weiber durch. Ich hoffe, den... Die Stufe weglassen. Ja, sonst komm man nicht mehr hoch. Ach, die Stufe. Das müssen wir von uns weg. Die Stufe. Fangen wir mal so. Scheiße. Hast du mal keine mehr? Doch, ich muss mal... Ich hab kein Inventor wie Twix, sondern verlassen. Wenn man das jetzt hier, müsste man einen Erdblock holen. Hast du Erdblöcke? Blub, blub. Ach, wasser.